Musik 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 Mir klebt was am Arisch Kollege 4 Du bist gewiss in der PS Falls das nicht deine Intention ist Wahrscheinlich seine Intention, ihr merkt ja, dass wir nicht labern Wie gesagt Vielleicht steht einfach, wir sind Ähm Du brauchst dich nicht, wenn du nach Hilfeschreit und keine kriegst Hallo Der Beste auf im Game Los Let's go Was ist los Warte Wir haben zwei Leute drüben Jo Warte 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 Bei Warte 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 Ja hier andere Seite im Freestyle oder im No Loot Da bin im Freestyle unten drin Im Freestyle unten drin auch ganz unten Ich brauche Booster, ist der Booster? Nix voraus Er ist rein hinten Ist der LoLoot drin hinten? Der Booster? Hab ich nicht, ne Er ist nach rechts weg hinten Oh, High Loot ist auch noch was Warte ich hab hier einen Booster für dich Ah du bist hoch ok Auf, äh, in Ordnung sind drei Leute Was machst du damit denn? Auf Norden sind drei Leute, die laufen zu den Bahnzug Die Bahn, hinter Bahn sind jetzt In Bahn Vorne an der Mauer hier vorne Direkt vorne an der Mauer Direkt hier jetzt auf der anderen Seite, genau Genau, genau wo du bist auf der anderen Seite Jaja, die vertreten wieder Hab einen genockt an der Mauer Heile mich Heile mich Die haben aber gerade auf die geschossen Jaja Meinst du die High Loots hier oder hinter uns die High Loots? Die vor uns Achso ok, die vor uns Wir können ja mal zusammen drauf pushen Ja, hier moved Wo? Wo, wo? Hier bei mir, hier bei mir Hat irgendwas gemoved hier gerade irgendwo drinnen Oben oder unten Oben oder unten? Sneaked hab ich nicht gehört Irgendwie irgendwie Ich konnte hier nicht hören Ich hab geschossen und da hat sich was gebewegt hier Die sind anlooted Der muss weggelaufen sein Der muss hinter den Loots gewesen sein Auf der anderen Seite So hier, weißt du? Oder Apartment sind die jetzt bestimmt Bestimmt, ja Haben sich da irgendwo in Apartment verkrochen Hintere Apartment sind offen Ja Die sind weggelaufen Wohin denn? Frag mich leichteres Irgendwo Richtung Sid Austin Irgendwo Ja, Sid Austin Ach ha Einer ist genockt Hat ja nur 20 Schuss gebraucht dafür Ja, aber lustigerweise kann er ihn sogar noch finishen Also der Typ war ja komplett zu viel Der hier vor mir Sid Aus Außen Ja Komme 2 Hits hat einer mit M16 Ein 2-Story für uns Ein 1-Story für uns Ack Hintere Eine mache, wir noch eine Nice Okay, jetzt noch ein anderes Team Thank you Hier sind noch 4-fachs während einer brauche hier um die Ecke War noch ein Compi 2er Einen Compi habe ich hier leider nicht im Angebot Brauche ich noch nur 2er, wisst ihr Ah ja, quasi non-existent Hier liegt eine Wir müssen jetzt mal auf das zweite Team heften Ja, ich glaube nicht nur gerade ausgelostet vernünftig Und schon fertig Na, gerade mit der UMP da immer richtig durchgegangen, ey Wo waren die denn, das andere Team? Ja, es ist nachher irgendwo Wahrscheinlich Wir wissen es nicht, wo die waren, weil die haben wir nicht geschossen Wir können auch einfach jetzt in die Meter der Zone hinfangen Die könnten auch Police sein, ja, könnten wir Wir haben ein 3er-Bike vorne Haben wir? Ja, ja, 3er-Bike in der Garage Ja, schon Ok, dann lass sie hingehen Hier stehst du schon im Balken Nicht mehr in der Garage Hier bist du hier gefangen? Nee Sind bestimmt hier noch Leute in der Nähe Ja, da kommst du nicht rüber Hier bestimmt hier rechts Ja, dann fahr jetzt trotzdem, jetzt fahr trotzdem, ey Ja, so weiß man Wer schießt denn hier? Nope Ich bin zum Ersten schön Death incoming Ose Da steht schon Woods Ich schießt wieder das shotging, ey Hahaha Ich schießt wieder das Shotging ab uns Bestimmt Experten, oder? Alles, Eurai 있죠 Schönen Trap, damit eh seine mates stores sterben Ich nade den Drop, damit die Rüstung auch nicht kaputt geht, wenn er genockt ist Ich pushe mal den Hill hier rechts Einer hat mit einer Shotgun geschossen, ich bitte dich Nockt einer. Hey, push die einfach. Die sind super, Junge Hinter mir ist hier Der Shotgun hat uns noch spät abgeschossen Aus von der Halle wurden übrigens gerade mit Schalldämpfer geschossen Freier, wirst du hier? Ich hab das Auto nur gesaved Profis fahren das mal wieder Volle Kanne Auto Oh schön, komm zum Drop Ist nicht so viel, wenn die hierher fahren Ja, die fahren genau hier Alter hat er viel ausgehalten, rechts Noch einer hier rechts Zwei, noch einer links Was? Muss ich heilen? Du bist so low, der liegt da glaube ich jetzt Da lag der Der hat mir einen Hedge gegeben Dieser Schirm hat mir einen Hedge gegeben Weil er halt auch schöner gelegen ist Das war jetzt random, dass der rausgekommen ist, aber gut, die Lachen sicher, wir gehen zum Drop, der ist bestimmt unlooted Einer von denen auch einen Hill Ja Pfanne So, 21 Energy, das sollte reichen Habe ich den Kill gekriegt, ja Was er auf dem Hügel war, habe ich gekriegt Habe ich den Kill gekriegt, ja Was er auf dem Hügel war, habe ich gekriegt Nur Front, ja Aber ich glaube die Typen mit der Schroffe, die hätten mir sogar eigentlich Road killen können, weil die uns getötet hätten Naja, aber der hat ja eine Full-Auto-Shot gegangen, das ist schön gefährlich Die S12k, jaja, die S12k, wenn du da Voll reinläust Da kommt der nächste Drop direkt über uns Göt'n dein Auto aus, ne Drop, drop, drop Ihr alles vor Der droppt halt dann auch schön bei dem Kampers in der Nähe bei Knühen Dippst du auf den Helm? Achtung Der wacht perfekt hier, damit wir drücken können Also, damit die schönen Thermos haben Naja Lichtige Was? Du hast ein USD, du hast 10 Euro gezahlt Was? Du hast nen Helm, ne Goldene Auge Ja, die kriegt man auch so Echt? Ich soll so schnell eingekommen sein Wie, halt schon ganz oft No, klar, die nehm ich mir nochmal wieder Hast du, hast du premium Oh, oh Die Westen angehalten, wo wir eben waren Genau da, wo wir eben waren In der Halle In der Halle Ja, da ist was Die rennt her, lass ihn herren, lass ihn Openfield herren, weil er will zum Drop gehen Ok, er will doch nicht zum Drop, er hat uns gesehen Aber er kommt, er kommt Er sieht den Drop La 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 Ihr seht den da, Openfield hinter Baum Mhm Muss fahren und greift hinter Baum Mhm Er ist respostet Hat der? Ja Ja, ja Er tötet ihn Er rettet Nicht mehr als nur einer Alter Alter, ich hab den auch nochmal gete mit der M24 einen davon Let's go Leute Alter, Headshots Geh weg Geh weg Geh weg Gelb Warum ist das Ding jetzt ohne weg? Ja, äh Nicht mit Ja, ich hab das Auto Ja, jetzt fahr, 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 fahr Ich fahr da jetzt im Bike Das ist mein Herz Ja, er ist ja Der V ist S Da ist ein Berg über mir Flasch mich oder so Wir haben hier auf den Berg zu den Nordosten Wir haben hier auf den Berg zu den Nordosten Berg links rum Oh, der hat nen MK gehabt Der war auch sack Weißt du, gegen dich, Peak, der gegen mich nicht da, der Helder Ah, ja, ich hab ihm da auch gegeben Der hat nen MK, also haben wir da ein... Ja, ich komm schon Nehm auf jeden Fall die MK, sonst nehm ich sie mit Ich glaub ich mach schon was geht Der Typ wollte aber hier auch nicht ganz pushen, weil er wegen der Musik nicht die Steps gehört hat Deswegen ist er so ganz links hier außen rumgelaufen Ja, wir haben ein Godlike, ne? Ja, aber man muss sagen, man kann jetzt hier auch echt... Also es gibt so viele Dips hier und irgendwelche Löcher, da kannst du so gut spielen Kann ich überall spielen Ich stehe einfach in Jaws auf dem Norden Machst du die Reifen weg? Ja Alter Der Dinger würde ich gerne auf Full Auto schießen Das war bestimmt von dem das Auto, der ist hier rübergelaufen zu Fuß Kann schon sein, ja Ja, der ist ja ok, man Ich geh mal wieder zurück zum Compound Oder? Oh! Junge! Ok, w-w-weste? Du gehst nicht mal Damage, Leute Ich hab ins Bein geschossen Ich spiel's MK Full Auto, Alter Ich war für's der absolut cool Ich spiel meine meine Full Auto, weil die MK zu OP ist Ja, Mann Das ist die stärkste Waffe in einem Abstand Echt? Drei Hits mit Full Auto Drei Hits mit Full Auto Ich spiel's die Ark einfach aus, Mann Oh, und die MK die Runde macht Ja Jetzt Ich hab Gegner bei Blue's gesehen Da eigentlich mal im Nordosten Ok Ich nur da vom Staggassystem angesehen hab Es war ja auch noch ein Team Jasna, ne? Irgendwie Wo siehst du die? Ja, nur gegen die Türe, geschossen auf dem Hill Ul-Kane Ja, hier, da ist er auf jeden Fall Gegner Ul-Kane, noch steht im UFC, wir können uns zerstören Äh, ja guck mal, was hinter uns runter kommt Hier im Panzer In Richtung SW-Panzer kommt runter Ja, dieser Panzerspieler Das ist gut, wir haben eine MK Und eine Arke Und ein größiges Reiten das Ding einfach weg Was machen die noch hier oben auf Ul-Kane, versteh ich nicht Wir hören die Waffe Tür, gerne Hör auf, weiter Du bist nicht unendlich, ja, Mann Hör mal auf jetzt, echt Hey, aus dem nervt's Musst du doch kurz die Waffe studieren, ne? Irgendwie drinne 285 compound da ist einer drin die tür zugemacht ja schön der muss kommen das freut mich hat wirklich die türe zugemacht jetzt geht da gar nicht fährt seit einer zwei leute die fallen sich jetzt eine schöne position dann komplett außenrum und wenn sie irgendwo bei grün oder so halten ich frage mich wo der panzer geblieben ist die halten jetzt bei grün wir haben eine riesenzone momentan also trotzdem können ja nicht immer jetzt könnten wir den hild hier vorne nehmen einfach den die auch hier gespielt haben nach vorne am stein sind ja gar nicht 95 am stein sind sie ich habe ihn headshotet einmal müssen aber zwei sein rechts ist hier noch ein crate runtergekommen an dem hill an dem stein wo die uc ist müssen auch in die zone kommen die idioten haben sich nicht mehr in die zone gefangen die smoken gerade die armen einfach nur versuch mal die zu nähen aber ich glaub das ist gar nicht ich brauche es will von den fänden oh war gar nicht so schlecht ich brauche es auch das wir sind wahrscheinlich jetzt in der smoke irgendwo wir könnten hier den hild spielen glaube ich gleich ne na ich würde einfach nur halten wir brauchen hier gar nicht spielen sie halten weil die vor uns müssen jetzt gleich laufen resmoken müssen die einfach vor uns killen dann haben wir nur die gegner auf süden müssen wir aufpassen auf 160 kann einer mal ins grün checken grün markiert ihr macht halt alles offen gerade dass sie überall durchlaufen können weil er halt auf einer stelle bei dir steht wir sind jetzt halt wahrscheinlich bei grün irgendwann ja dann nehmen wir den hill ne ja auch gesehen rechts da wo die erste getötet die zweiten getötet arterialrotation der eskalade also hier laufen sie gerade hoch ok wir machen halt die zone offen damit alle sein können wir hätten die halt abkampen können lol der hat grad auf mich gepiekt der typ ja und ich hab ihn von da ja es leben noch zwei team ist also müssen wir aufpassen da unten im oberst muss noch was sein gell wo siehst du was na hier hat der der doch angesagt die sind hier an dem raum da hier hinter dir 275 im alten airdrop da unten ist neuer airdrop ich hab einen gehaertschottet ich hab ihn gehaertschottet und zwei body shots gegeben hinterm airdrop da hinten naja genau simon du hast recht ich da sind die am airdrop glaube ich 190 vor mir schau doch mal hin am airdrop wo ist der zu team wir müssen hier ist keiner mehr hier ist keiner mehr meine leute leben noch einfach ist so krass VW mehr kommen von hinten von hinten von hinten einer lockt sehr aggressiv bittendurch ist die aufwürste bleiben ihr pushrat 1 genockt nur auf der typ links 0,2,60 ja ne 3,4 8 kills 2,5 Bis zum nächsten Mal.